Mein Wunsch für die Hochschule der Zukunft ist einfach, dass das Potenzial, was in den jungen Menschen an einer Hochschule steckt, dass es einfach genutzt wird, dass viele neue Projekte entstehen können, die auch in der Gesellschaft dann eben sichtbar sind, nicht nur an der Hochschule oder an der Universität, sondern auch in der Gesellschaft wirklich sichtbar sind. Und ich denke, dass wir einen ganz guten Austausch und einen ganz guten Grundstock eben geschaffen haben, um genau diese Energie zu nutzen und eben in die Welt hinauszugehen, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde mir hier wünschen, dass es eben nicht nur an uns hängen bleibt, sondern dass es viele Initiativen gibt, viele Personen, die sich eben trauen, auch eine Initiative zu gründen, sich ein paar Leute zu suchen und dann auch wirklich neue Ideen verfolgen. Wir alleine, wir von der Studierendenvertretung können das nicht alleine leisten an der Hochschule. Wir haben viele Ideen, wir können auch unsere Ideen nicht alle umsetzen und deswegen sind wir da auch auf die Hilfe von jedem angewiesen, von jedem Studenten, jeder Studentin, die sich engagieren möchte und einfach den Mut zu haben, sich auch ja zu trauen, das Projekt umzusetzen und dann eben auch ein Stück zurückgeben, was wir vielleicht auch an der Hochschule mitbekommen haben. Die V AEW Vielen Dank.